1.000 netto. Und jetzt kommt's, wenn die Leute 40 Jahre lang bei Pfennig arbeiten, mit 63 erst in Rente gehen. Was glauben Sie, was die an Rente kriegen? 500 Euro. 500 Euro. Und wenn sie 300 Euro Miete zahlen, dann bekommen sie vom Staat 750 Euro Grundsicherung. Das heißt, die Leute haben ihr ganzes Leben bei Pfennig gearbeitet und der Steuerzahler zahlt ein Drittel der Rente. Und wer sind die? Sie sind das. Wir sind das. Das heißt, ich habe den Gewerkschaftssekretär gefragt, er sagt, sag mir die höchste Zahl an festen Arbeitsstellen, also über die Leute, die wie Herr Lietzinger wahrscheinlich gut bezahlt sind und die in der Verwaltung, die Gelernten, sagt mir, wie viel könnte die höchste Zahl sein? Und er sagt also, in Firnheim ist sie nach seinem Wissen im Moment fünf Handwerker beschäftigt. Fünf von 300 Beschäftigten. Fünf Handwerker. Das heißt also, wenn die auf 100 kommen, halte ich es viel. Ich werde jetzt mal, weil wir ganz vorsichtig sein wollen, von 100 bis 200 ordentlichen Arbeitsverhältnissen ausgehen. Dann haben wir also 300 Leute, von denen wir heute schon wissen, dass die im Alter von der Allgemeinheit unterstützt werden müssen, obwohl sie ständig bei Pfennig gearbeitet haben. Und jetzt geht es ja, das ging ja gerade noch, jetzt kommen die Leiharbeitnehmer. Die Leiharbeitnehmer, das weiß zwischenzeitlich jeder, kriegen immer noch weniger. Randstadt, eine relativ ordentliche Verleihfirma, zahlt 7,38 Euro. 7,38 Euro. Sagen wir 7 Euro, dass man sich das überhaupt merken kann. Das sind dann im Monat keine 1.000 Euro. Und sie haben dann die Rente mit 63 nach 40 Jahren Einzahlung von nicht einmal 450 Euro. Der Rest zahlen sie. Und was die meisten nicht wissen, es sind keinesfalls nur die Ungelernten, die in der Leiharbeit sind. Über 60 Prozent derjenigen in der Leiharbeit sind gelernte Leute. Drei Prozent haben sogar Hochschulabschluss. Nur der Rest ist ungelernt. Die haben zum Teil einfach Pech gehabt. Und jeder achte, jeder achte Leiharbeitnehmer in der Bundesrepublik braucht immer wieder Unterstützung des Staates. Von ihnen, von vornherein. Das heißt also, die 250 Leute, die da bei Pfennig arbeiten, wenn sie überhaupt die 7,38 kriegen, das glaube ich gar nicht, dass die so gut bezahlt werden. Die werden sicher schlechter bezahlt. Ich habe es nicht rausgekriegt. Das mit dem 18, sagt mir der Gewerkschaftssekretär, er hat schon mehrfach Leute bei sich gehabt. Die waren immer ein bisschen über 8 Euro. Denn Pfennig ist ja aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten. Und da ist der Lohn über 10 Euro. In Hessen, in Baden-Württemberg 13. Das heißt, Pfennig spart und wer soll es zahlen? Wir. Und das ist leider immer noch nicht alles. Dann kommen die Subunternehmer. Der Herr Schneider hat es vorsichtig angedeutet. Das läuft wie folgt, habe ich mir erklärt lassen. Da werden ganze Linien vergeben in der ganzen Logistikbranche an einen Subunternehmer. Und dieser Subunternehmer kauft sich Autos und da stellt er etwa nicht Leute ein, sondern er holt sie Selbstständige. Die haben einen Führerschein und einen Gewerbeschein, schaffen Tag und Nacht, zahlen eine Riesenmiete und unterm Strich bleibt den Leuten noch weniger als in der Leiharbeit. Die haben in der Regel kein Geld für Krankenversicherung. Die haben kein Geld für Unfallversicherung. An Rente ist überhaupt nicht zu denken. Wir kennen das aus den amerikanischen Firmen, das sind Arbeitsverhältnisse ohne Sozialversicherung. Das sind die Subunternehmer genannt, weil sie ja unterm Subunternehmer sind. Subsubs. Habe ich auch gelernt. Die sogenannten Subsubs. Die lernen fast nichts. Das heißt, diese Leute, diese Leute werden, wenn sie krank sind, natürlich zum Sozialamt gehen. Wo sollen sie denn sonst hingehen? Wenn die mal keine Arbeit haben, die gehen zum Sozialamt. Wo sollen sie hingehen? Und was denken Sie, was die in die Rente zahlen? Nichts. Und wer zahlt es? Wir. Das heißt, wir haben von tausend Arbeitsplätzen, wahrscheinlich, wie es der Herr Schneider sagt, der ist der Fachmann, 80 Arbeitsverhältnisse, die man als Arbeitsverhältnisse, wenn man sagt, das ist ein Arbeitsplatz, dann denkt man, das ist was, da kann einer sich und seine Familie ernähren. 80 Stück. Und das ist meine, ich bin ja viel zu laut geworden. Ja, da bleibe ich nicht. Es kommt übrigens noch dicker. Ich habe noch viel feinere Sachen. Aber jetzt mal das zur Branche. Das ist die Logistikbranche. Und ich knüpfe da nochmal an an das, was der Herr Buhwing gesagt hat, dass wir uns schon überlegen müssen, ob wir vor allem Logistiker hier in Heddesheim haben wollen. Also ich fasse jetzt nochmal den Teil in aller Ruhe zusammen. Und ich bitte Sie, dass Sie das mit allen anderen, die Sie kennen, besprechen. Diese Veranstaltung, die am Freitag stattfindet, habe ich heute gehört, da darf man nur Fragen stellen. Da habe ich keine Chance, sowas hier zu sagen. Die IG ist ja zum Teil gefragt worden, warum macht ihr da nicht mit? Die IG hätte gern mitgemacht. Sie hatte nur zur Bedingung gestellt, dass sie auch Redner stellen kann. Das ging natürlich nicht. Denn solche Wahrheiten, wie ich sie jetzt ausspreche, die will man natürlich nicht hören. Denn die Bevölkerung ist doch nicht dumm. Also ich fasse nochmal in Ruhe zusammen. Wir haben gehört, der Tariflohn in Baden-Württemberg ist 13 Euro. In Hessen, die haben eben viel ländlichere Gebiete, hat es die Gewerkschaft nur auf ein bisschen was über 10 Euro geschafft. Das war dem Finning zu teuer, ist aus dem Arbeitgeberverband raus und zahlt seinen Leuten 8 Euro. Also für mich, der ich jetzt doch einige Zeit schon Arbeitsrecht mache und mich mit den Schicksalen der Leute dann auseinandersetze, wäre allein das ein Grund, das sage ich ganz offen, allein das ein Grund, Finning abzulehnen. Und ich bitte die sozialdemokratischen Gemeinderäte, sich das nochmal unter dem Gesichtspunkt zu überlegen und mit den zuständigen Gewerkschaftssekretären zu sprechen. Die Sozialdemokratie, ich sage ja schon Sozialdemokratie, um die überhaupt dran zu erinnern, dass die nicht nur SPD heißen. Herr Bobin, Sie retten die Ehre der Sozialdemokratie in Heddesheim. Vielen Dank.